Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Fahrschulshow, der schnelle Weg zum Führerschein, durchgehend gerechtes Lernen. Mein Name ist Uwe, Freunde, wir sind wieder in der Prüfungsstadt Leer. Wir sind unterwegs in Logabirum, Richtung Loga. Wer sich auskennt, wir fahren hier gleich in Richtung Nixvie hin. Wir sehen hier rechts und links so eine gestrichelte Linie. Da ist auch teilweise so ein Fahrrad drauf markiert. Das ist ein sogenannter Radfahrerschutzstreifen. Der Schutzstreifen ist nicht zu verwechseln mit so einem richtigen Radweg. Das heißt, der Radfahrerschutzstreifen, der darf im Bedarfsfalle, wenn es jetzt vom Gegenverkehr her erforderlich sein sollte, mit benutzt werden. Wir nähern uns hier dem Bahnübergang. Hier sieht man links das Ortsschild gerade. Die Ortschaft Loga bleibt geschlossene Ortschaft. Ein Bahnübergang. Wir schalten einen Gang zurück. Ihr wisst, rechts und links gucken ist vorgeschrieben. Und dann zügig weg. Denkt dran, falls die Schranke geschlossen sein sollte, dass ihr dann auch den Motor ausschaltet. Ja, wir nähern uns hier jetzt dem Zebrastreifen. Da halten wir vielleicht das Band einmal an. Weil hier sind einige Anfänger so ein bisschen überfordert, weil so viele Eindrücke auf einmal kommen. Zum einen sieht man dann einen Zebrastreifen. Drei blaue Schilder. Auf dem Boden sieht man auch die Markierung entsprechend. Natürlich, dort müssen wir gut gucken. Dann sehen wir aber auch, dass wir uns auf einer Vorfahrtsstraße befinden. Hier rechts in der Laterne. Etwas weit weg vom Schuss, das Schild, finde ich. Wird leicht übersehen. So denken dann Fahrschule manchmal auch, dass hier rechts vor links sei, was nicht der Fall ist. Wir haben hier Vorfahrtsstraße. Das heißt, das schwarze Auto von links und das weiße Auto von rechts. Muss warten. Darauf braucht ihr, also dafür braucht ihr keine Angst haben. Stattdessen gucken wir nur am Bahnübergang. Wir sehen hier links, ah, nicht am Bahnübergang, wir gucken an dem Zebrastreifen, wollte ich sagen. Wir gucken hier links, da sehen wir auch noch, auf der linken Seite, da sehen wir auch noch eine Engstelle. Das heißt, wir müssen hier besonders vorausschauend fahren. Das könnte durchaus sein, dass der Gegenverkehr uns so ein bisschen nahe kommt. Das heißt, wir könnten dann eventuell diesen Schutzstreifen, diesen Radfahrerschutzstreifen wieder etwas mit benutzen. Denkt dran, wenn ihr den Radfahrerschutzstreifen mit benutzt, das ist nur erlaubt, wenn es eine gestrichelte Linie ist. Und dann bitte auch im Absichern mit Spiegel, kleinen Schulterblick vielleicht noch dabei, dass wir keinen Radfahrer da irgendwie gefährden. Ja, es geht weiter. Wir gucken rechts und links nochmal gründlich am Zebrastreifen. Dann züge ich weg, die von rechts und links kommen dann aus und müssen warten. Wir haben gesehen, dass wir uns auf einer Vorfahrtsstraße befinden. Dann Sicht weg, Gas weg. Da kommt eine Kurve, rechnet auch mal mit Staus und einer Ampel. Und das ist wieder ein bisschen tricksig hier. Wenn nichts gesagt wird, möchte der Prüfer, dass ihr gerade ausfahrt. Und das ist hier die linke Spur. Haltet dort auch bitte ein bisschen Abstand, wenn ihr im Stau steht, zum Vorausfahrenden, dass ihr diese Fahrbahnmarkierung, die Richtungspfeile auch noch sehen könnt. Dann keine Angst, das Vorfahrtachtenschild, was oben drüber steht, hat überhaupt keine Bedeutung. Zählt doch nur dann, wenn die Ampel außer Betrieb ist. Das heißt, wenn wir grün haben, hat der Querverkehr rot. Und wenn wir bei einer grünen Ampel geradeaus fahren, haben wir auch mit dem Gegenverkehr nichts zu tun. Somit auch keine Angst vor dem Taxi gerade eben. 30-Zone hier oben rechts, Spiegelblinker, Schulterblick in der Engstelle. Und hier ist eine Schule. Rechts dort gut aufpassen, falls mal das Tor geöffnet ist, da können Kinder rauskommen. Dann haben wir eine Bushaltestelle. Hier direkt hinter dem Postkasten. Und wir biegen links ab. Und hier haben wir dann rechts vor links. Man sieht auch die Markierung auf dem Boden. Und ihr achtet auf rechts vor links. Und natürlich auch auf den Gegenverkehr. Schulterblick hinten links noch machen. Und dann geht es weiter. Wir konnten gerade sehen, dass wir uns in einer 30-Zone befinden. Man sah das auch auf dem Boden nochmal markiert. Hier sieht man es nochmal unten auf dem Boden. Und wir möchten bitte einmal umkehren. Ja, da haben wir eine super Gelegenheit hier auf der rechten Seite. Meistens sind die Prüfer so fair, dass wenn sie dann das Umkehren verlangen von euch, dass dann auch gleich eine gute Chance kommt. Rechtzeitig blinken. Alle Himmelsrichtungen müssen abgechackt werden. Das Umgucken bei der ganzen Geschichte in alle Richtungen ist das Allerwichtigste. Da können auch mal Kinder spielen. Dann beim Losfahren nochmal gucken, auch blinken. Und hier kommt dann sofort wieder rechts vor links. Der Olleweg. Ganz schlecht einsehbar. Ja, und in solchen Wohnsiedlungen, in solchen 30-Zonen, da rechnen wir nicht nur mit rechts vor links. Wir rechnen nicht nur mit Kindern. Wir rechnen auch mit Verbotsschildern und vielleicht verkehrsbrüchten Bereichen. Und hier haben wir ein Verbotsschild. Geradeaus ist es verboten. Da müsst ihr rechtzeitig fragen, rechts oder links. Denn die müsst ihr euch schließlich auch noch richtig einordnen. In diesem Fall wollten wir jetzt hier rechts abbiegen. Und gleich wieder rechts vor links. Die Hausecke verdeckt da ziemlich stark die Sicht. Wirklich langsam ran. Ja, rechts vor links habt ihr sicherlich gelernt, im zweiten Gang zu nehmen. Aber wenn die Sicht zu schlecht ist, müssen wir vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten. Dann wollen wir an der Ampel links abbiegen. Es ist gerade grün. Wir achten wieder auf Richtungspfeile. Und, oh, letzter Blick zur Ampel. Habt ihr es gemerkt? Es war gerade schon wieder gelb. Ganz wichtig dabei, auch auf Gegenverkehr zu achten. Dass ihr in der Mitte der Kreuzung gewendet auch mal anhalten müsst. Ja, Freunde, wir sind zu Ende mit dem Teil 1 hier Verbotsschilder in der Prüfung statt leer. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und abonnieren. Somit verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Wir versuchen hier mal alle Prüfungsecken mehr oder weniger so aufzugreifen und euch nach und nach zu präsentieren. Ja, nochmals. Und wir können natürlich immer nur das Ganze so euch zeigen, wie wir es zum Zeitpunkt der Aufnahmen vorgefunden haben. Also keine Gewähr, dass sich Verkehrsführungen, Schilder oder Beschilderungen nicht doch immer mal ändern können. Also das, denke ich, versteht sich von alleine. Also achtet drauf, falls sich mal irgendwo was geändert hat. Ciao, ciao. Euer Uwe von der Fasche Show. Euer Uwe von der Fasche Show.